ja ja freunde ein angehegter traum war immer noch aber nach all diesen jahren gibt ein kleines problem mit der route wir haben das kurz mal gucken warum gibt es hier ein problem mit der route ich verstehe das gerade nicht haben wir irgendwie haben wir haben wir haben wir zu viel kautschuk an lager wird es das sein das ist es auch ganz kurz auf generalangriff die verteilung die stellung halten weil sonst folgen die mir hier wieder irgendwelche dinge so ansonsten sieht es aus schon wieder gibt ein kleines problem ja natürlich jetzt der gewesen sein der andere halt ist ja auch egal ich habe hier zu weniger warum bringt alles in ordnung bis auf die pundschuss ist nie irgendwie scheisse natürlich die pundschuss direkt mitnehmen ist natürlich kein wunderbar das heißt ich bräuchte eigentlich ein paar einwohner mehr und da halt das mit dem minus war irgendwie klein zu kriegen so hier ein paar arbeiter sehr schön dann zurück in die alte welt wir haben hier noch ein bisschen was zu tun meine schiffe die sind hier unten war kann das sein gerade hinterher muss aber wieder zurück das heißt ich habe nachher gegenwind das ist natürlich jetzt nicht so geil aber schickte happens so jung ohne strom genau ein paar dinge noch machen konservendosen zum beispiel die menschen zu formen was habe ich konservendosen zum beispiel und mal gerade beim thema sind tschuldigung würst ist klar da fehlt gerade der strom aber dann muss noch ein bisschen machen schnapps läuft jetzt wieder ok pro muss noch optimieren und bier können einen kleinen schubs vertragen zumal ich habe das gerade richtig auf screen gesehen ja ich habe genug treide genug hopfen also wir noch ein bisschen was machen das war hier war der bier der bier der bier der bier von mir aus freigegeben erwische ich sie bei besonders guter laune direktor aufstandswahrscheinlichkeit hätte ich nicht so gerne manchmal ist weniger mehr natürlich wissen sie was das beste ist warte mal verhältnis ist ja 2 zu 1 das heißt macht es jetzt mal so ja das könnte was werden ok das mal gemacht wie sieht es denn seife sieht jetzt nicht so schlecht aus nö 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 da passt stahl habe äh oh sie glaube ich habe genug sehe ich gerade die luke vom lager geht nicht mal mehr wann geht es hier denn mal weiter gar nicht schnauze so dann 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 noch nicht was mit dem brot noch genau brot noch optimieren ich habe ja wie man sieht wie man sehr gut sieht viel zu viel getreide schon mal erwähnt also eine kleine mühle auf unserer kleinen farm das war nach zeiten war unsere kleine farme so und ob es dann noch mehr braucht ist er schon da er ist wieder da er ist zurück ich brauche ich brauche mehr holz habe gerade offen gecheckt was ich unten auf der insel brauche weil stahl brauchen wir erst mal keins so dann hätten wir das und dann aber kein öl mehr so müssen wir dann aber sowieso nur den beliefern also dürfte das kein problem mehr sein so er fährt der zweiten spur sehr gut dem versorgen sie irgendwie auch noch er sollen wieder anheizen ganz mal versuchen war alles wieder wie geschmiert er war jetzt mal gestoppt aber auch erwege momentan nicht mehr so viel davon nehmen schon fabrik hält auch ich habe immer noch genug stahl übrig oder passt doch was haben wir hier die kohlen mien war ja für was anderes ok ja jetzt bloß irgendwas durcheinander bringen ich warte eh noch auf einen transporter lehne ich den was auch cool wäre aber den warte jetzt gar nicht aber warte mal wenn ich da schon mal dabei bin gehen kurz zurück in die neue welt der ruhm der ist hier die ruhmbrennerei wird jetzt ein chaos so mit dem holz ich habe mittlerweile eine liste von mir liegen freunde äh ich bin sogar produktionsketten mhm ich könnte hier los die ingenieure mal wieder die operieros auch WTF ok das mit den ingenieuren das muss mit dem zu tun haben das mit den ingenieuren muss mit den hochrennern zu tun haben dass wir da keine mehr haben oder der ruhm ist ausgegangen das ist die lange option äh was wollte ich gerade sagen produktionsketten genau ich könnte theoretisch mir auch ein wahrenrechner noch dazulegen wo ich wie bei 1404 wo man die nicht eingibt ok ich habe so und so viele einwohner anders gibt es so und so viel bekomme ich da raus oder brauche ich damit es irgendwie funktioniert könnte man machen will ich jetzt eigentlich nicht darauf zurückgreifen müssen also auf den produktionskettenübersicht das schon damit ich wirklich weiss wie wo was brauchen aber das andere finde ich jetzt irgendwie nach er weiss auch nicht ein bisschen zu übertrieben und zwar verfrüht vor allem übertrieben ist natürlich ein hässliches wort aber verfrüht vor allem verfrüht das stadtfest kurz vor dem ende das höre ich relativ ungern an äh 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 ä So, Alkohol kannst du ja nicht mehr. Wärme hier mal ein bisschen Ruhrproduktion, Warnung gibt es den auch noch, zack. Achja, da könnt ihr wirklich mal was in die Luft fliegen, woh. Vielleicht mal noch eine kleine Feuerwache irgendwo hin, das wäre glaube ich nicht die dümmste aller Ideen. Ich habe ja, da ist eine, aber hier unten könnte man auch eine, ich habe hier natürlich eine, warte mal, die bis dahin, die bis dahin, aber theoretisch haben wir natürlich hinten keine, jetzt war mal jemand seine Brauche hinten, ne, ja mal gucken, also Velcar zurück in die alte Welt. Hui, 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 äh, ganz kurz gegenchecken, Ruhm wurde gerade geliefert, ok, dann habe wir ja mitgenommen, scheisse, 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 so, also, dann die mal upgraden, überlege ich sowieso noch nicht langsam eine erste Stufe machen soll, wegen auch Kohle und so, versteht sich. Also, die brauchen wir hier auch, habe ich gerade vorhin gesehen. Zack. Oder? Habe ich gerade falsch gesehen. Ne, ne, oder? Ja, ist auch mal Abgang. Ok. Das heisst, eine weitere dürfte locker, locker genügen. Dann den vielleicht noch upgraden. So. Sieht es bereits besser aus. Hopfen haben wir gesehen, haben wir momentan noch genug. Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh, das wird sich negativ meine Bilanz auswirken. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Alter, hätte hier oben noch so viel Platz. So. Gucken wir erstmal. Wir machen hier noch ein Lagerhäuschen. Weil, äh, ich würde das gerne so belassen wie es ist, aber das hier unten gerne verschieben. Vor allem, weil es zum Kessel raussehen, wenn ich ehrlich sein darf. Äh, wir haben momentan jeweils zwei, wahr? Ernsthaft, ich habe nicht mehr? Ich habe zwei Rinderfarmen und zwei Paprikafarmen. Hey, da hätte ich mehr gehabt. Ja, das ist mal klar, dass ich die hier noch hatte. Ah. Auch doof, wa? Hallo? Vielleicht kannst du sie ja überzeugen. Alles, was ich will, ist Frieden. Ach. Krieg gegen sie ist eine todsichere Investition. Das hat schon so mancher behauptet. Und, äh, ja Leute, ich sehe gerade das mit der Bilanz, keine Sorgen. In ihnen hält sich ein heimlicher Libertan versteckt. Wenn ich wüsste, was es heisst, könnte ich sicher sagen. Jo, hast du recht, Alter. Was sie getan haben, erfordert Mut. Dann war es wohl nicht so clever. So, Moment. Wir haben genug Kohle. Auf Vorrat. Wenn ich hier ganz kurz Zeit habe. Gut, ich meine, so viel Kohle haben wir jetzt wirklich nicht. Das stimmt auch wieder. Aber eben, es müsste eigentlich. Ja, wenn ich natürlich auch nicht so einen Scheiss hier bauen würde. So. Dann die zweite kommt auch hier hoch. So, dann haben wir die zwei da oben. So, wie wir uns hoffentlich... Also, die Polizei wachen. Dann kommen Paprikadingen machen hier oben hin. Dann fangen wir hier so an. Ja, das kostet Geld zu verschieben. Das weiss ich. So, dann machen wir es noch so. Wunderbar. Dann hätten wir das schon mal so weit ein bisschen zumindest optimiert. So, wir sind hier unten. Da werde ich vermutlich... Ja, jetzt sind wir hier oben oben. Ich weiss ja zurecht. Ich könnte ja eigentlich hier rüber nehmen, wa? Hm. Erstmal gucken. Wir haben noch 52 Einwohner hier. Das heisst, theoretisch. Aber schon erwähnt. Ich will jetzt hier noch ein bisschen was machen. Jetzt Waffenstillstand. Jetzt kommt jetzt die Kohle wieder rein. Warum? Ich habe da mehr Obreros. Okay. Kündliche Steuern. Ja, ich bin noch nicht unabhängig, wa? Von der Alten. Witch. Bier. Nee, Quatsch. Äh, äh... Hey, hallo? Ah, hier auch. Und was für eine Seite... Ups. Viele Bewohner verkürzen ihren Aufenthalt auf meiner Insel. Why? Wie ist es so schön, die Insel? So, Lager ist natürlich noch ein bisschen weit weg. Nein, wird schon gut gehen. Äh, dann mache ich jetzt den noch. Ich will doch mal behaupten, war es das für's Erste wieder hier unten? Ne? Wobei, fast. Was wir machen, kann jetzt wirklich mal hier noch ein paar Upgraden. Es gibt ne Menge zu tun. Wir werden mal hier noch eine Kirche hinstellen und für die Arbeiter mit der noch ein bisschen was, äh, machen. Die günstige Jahre von der Kirche ist in dem Spiel. Unfucking fassbar. Da oben hin am besten, wa? Schiff unter Beschuss. Erwarten neue Horizonte. Hm. Ja, und wer greift es an? Ah, die. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh, die kommen gerade aber sehr rechts. Stell gestanden! Hört mir rein! Ganz kurz, ein bisschen schneller hier. Nein, den muss ich ja mal... So. Lotte, zum Angriff! Ähm, verdammt! Ich hab Gegenwind! Ah, kacke! Ja, komm. Klär mal hier hin. Warte mal auf normale Geschwindigkeit. So. Also noch mal einen Hopfen. Hier haben wir die. Wir haben ein paar Arbeiter mehr. Was soll ich rein genau machen? Nein, genau. Stimmt. Die wollte hier noch ein bisschen verschieben. Die, 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 die. Warte mal, die Kirche. Köppmann. Auch hier rein zelebrieren. Okay. Mal gucken, ob ich die alle irgendwie hinplatzieren kann. Ah ja, wie schnell das einfach geht da mit der Kohle. Ich warte eigentlich noch, bis der grosse Schub an Öl kommt. Bis irgendwie um die 400 Öl sein. Was kommt? So. Erst mal blaue Phase. Weil mir ist es sowieso noch momentan noch nicht wirklich möglich. Dann machen wir das doch so. So. Hm. Mäckern. Was heisst der Bruch drei. So ist es mal ein bisschen besser. Hm. Dann kommen die noch hier hin. Du, 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 du. Du, 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 du. 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 Wir. hier oben platzieren was ja wie oft frage ich mich immer habe ich der kürz meine ich so aufgefallen wie konnte ich nur so wie sieht es aus jetzt waren wir schon mal hier immer noch nicht wahr 163 an vielleicht doch warte mal 83 haben aber nichts in lager da 100 von 100 ok doch die maschinen die haben die ja ordentlich was abgelassen alter wo war noch gleich der hauptschalter bei mich auch wo ist denn wo ist denn wo ist er denn wo ist mein öl tanker hier auf dem rückweg sehr gut also auf dem rückweg erwischt schon sehr gut sehr gut freunde das produktion gehalten verarschen hier auch mal hier müssen wir befeuern das wirkt schon das leben um die menschen zu formen was habe ich schnauze da mit dem kanon war so gern zähloch schmeißen aus nachher sowieso was anderes machen die insel eines konkurrenten wird belagert also hier macht ihr ein bisschen mehr momentan schnauze da ist aber nicht unbedingt so schlecht viele gole habe ich mittlerweile aber leider nicht genug es bildet sich bereits eine staubschicht naja ist gut salpeter andere geschichte ich brauche einen kautschuk habe ich ein bisschen was 73 reicht das eh weiter aber schon mal ein bisschen geguckt hier auf meiner liste kautschuk gut ich habe nur eine das heißt er braucht theoretisch auch nur zwei 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 kautschuk plantagen noch mit strom befeuert ja ja ich weiß es kostet halt verdammt viel von vergleich zu dem hier alles so billig hier und dann kommt kommen die teile hier und öö also so teuer aber theoretisch zahlen sehr viel aber danke bitte bitte laufen würde hier natürlich ein anderes thema und der beschoss mein gott ganz kurz gucken hier rute wo ist denn jetzt der arsch über hier oben ist ja gar nichts eigentlich müssen schiffe genau hier positionieren damit sie ihn hier abfangen natürlich erst ein haupt insel hier war machen wir hier ein bisschen danke fürs versenken so hier hinten mit dem müssen repariert werden kann aber warte mal nicht doof nicht dahin sondern hat doch hier auch ein reverturkran plus sehr schön liegt das daran dass ich hier ja dann ein paar hochräder sehr gut bankhaus kommt leider erst sehr sehr spät natürlich auch fragen 126 an lage ok ist trotzdem unglaublich wie wenig das ausmacht ich muss man in diesen verdammten glühbirnen setzen leute bringt alles nix das ist natürlich eine nächste folge wie könnte es anders sein war malerische plaza noch ein paar dinge so ein torbogen und so zum verzieren sehr schön kohlenmine kohlenmine mhm gut im fall wissen das genau eine ja da ist auch ein vizierstil wieder kühlerei das ist keine kühlerei ist eine kohlenmine das müssen was anderes aber egal was lücke auch nicht unbedingt strom ist alles optional das ist mit euch wieder los die obere rosen wieder spielen die wieder rum äh gut wir wissen ja ich habe genug glas da mit der kohlenmine warum produziert eigentlich auch nur kohle mhm es kommt ja nein es kommt ja mit einem scheiss baukosten warum muss das hier alles so verdammt teuer sein freunde warum was hat man im spiel überhaupt getan gut ich muss anfangen hier mit überflüssige ware innen verkaufen bringt alles nix dann haben wir den couchschuk an bord mhm jetzt fehlt der fucking ruhm wieder dabei habe ich den ruhm gerade erst aufgefüllt gott her also manchmal hat er das gefühl dass die spelling sind vom spiel ist nicht unbedingt das wahre vor allem weisst du bist irgendwie so gut im plus und dann fehlt eine ware und zack alles im arsch einem angriff stand gehalten sagen sie mir irgendwie vor da finde ich natürlich schon ein bisschen warum hat er jetzt so lange vor das verstehe ich jetzt nicht es ist ein dampfschiff der müsst ihr immer gleich lang haben der ist jetzt erst unterwegs bis ich hier also Raum habe das dauert noch und ich habe nicht irgendwie äh hallo mehr einwohner als vorher wenn ich mich nicht irre bei ihnen haben wir den Ruhm sogar gelöscht äh blockiert ja das ist sowas was ich überhaupt nicht verstehe meine Freunde mann 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 ja gut äh schauen wir nächste Folge mhm und das scheint auch nicht so zu fruchten obwohl ich jetzt drei Dinge hier habe ich da auch noch zu wenig auf meiner Hauptinsel ach das ist alles scheisse es ist doch alle ja ist doch gut ist alles scheisse 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 mann ey bis nächstes mal Leute tschau yo was haben wir verkürzt? wir haben gar nicht eingefallen mann ey